Servus Leute, Zed hier und ja, wir sind hier stehen geblieben bei Blue Dragon in seiner komischen Halle, wo anscheinend so 8 doppel irgendwas, ich weiß nicht mehr wie der Name doppel ja, jetzt gehen wir herausfinden, was so heißt, doppel irgendwas ja und hinter uns ist noch so ein Jumbo-Geist, so wie der heißt der macht mir Angst und tschüss tschüss ha, ich hab mir ausgetreten, das ist alles geil obwohl der hat wahrscheinlich jetzt so viel Erfahrungspunkte boah, what the hell boah, hat der mich grad erschreckt 100 ja, 129, das ist echt ich glaub ich, was ich machen muss Glanz mal schauen, wie es gefällt oh, es gefällt auf jeden Fall nicht das ist schon mal gut so, Glanz 2 hier, friss ja, tut weh was ist hier nochmal, hier nee, du kannst keinen Glanz einsetzen na na nee da benutzt immer mal Feuer ja ja, Feuer 2 kann ich schaden ja, Feuer, das macht immer alles besser so, tot nein du hässlicher Mongo Mongo, okay wer kam das jetzt? keine Ahnung das war ich mir so eingefallen aus aus Glanz Glanz so und betäuben schön und es gibt einen drauf ach, ich mach einfach so und hier nochmal Glanz 2 und ja und episch schön und nochmal Glanz 2 so jetzt bist du aber tot tot besiegt yeah erfahrungsmutter wahrscheinlich einen Haufen gehabt hat er doch nicht gehabt boah, du blödes vier oh, es ist schon mal gut dass es nur einer ist doppellanze ja okay jetzt weiß ich nicht den Namen wieder danke gibt zwei stücke boah, ey überschallknall ich hasse dich jetzt schon doppellangriff nee, nee, nee zum glück hast du nicht den Namen griffe ja magisches Schwert nein, lieber nicht gegenstand heilen mega medikament da so magisches Schwert feuer friss meinen feuerstoß weniger weniger kraft perfekt so jetzt brauchen wir hier nochmal feuer oh verdammt das war zu viel das war zu viel verdammt muss ich nur auf den einen konzentrieren so weiß der magie heilen so ein bisschen mehr auf jeden Fall das reicht das reicht für das erste auf jeden Fall so einmal und ich hoffe mal erst nicht tot und Konter kritisch und bitte seid tot bitte seid tot bitte seid tot oh mein Gott 700 fast abgezogen trotzdem nicht tot du willst mich doch verarschen oder pardon für diesen Ausdruck aber der muss das einfach mal sein na ich werde ja so den so stirb einfach friss meinen feuerstoß und bis so so Angriff einfach mal Angriff nochmal Angriff ich kann sowieso nichts mit Zola ausrichten geht das viel heilen und ja muss sein ah verdammt das hat zu viele heilen das wie er folgt glaube ich mal ja fast oder selbstvoll keine Ahnung muss man schauen fast ja fast ich hätte recht fast und down down verdammt ich glaube es wird auf jeden Fall ja Mano Maros gegenstand heilen und ja fenix komm Mano Maros wieder auf mit 166 ja und jetzt hier Feuer 2 und jetzt geh drauf bitte geh einfach drauf ah du bist doch ein blödes Vieh als wäre ich so nicht stirbst aber nee oder so Feuer 2 komm komm down 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 ja jetzt wird der nächste auferstehen von den Viechern ja neue Fähigkeit magisch Schwert Level 6 okay warte mal ich hab noch Fähigkeiten gehabt genau von dem guten Mann hier hä Angriffsverstärkung Verstärkung genau oder nee keine Ahnung okay mach ich einfach mal rein ja nee brauch ich nicht auch nichts süßliches TP absorbieren nee das nichts auch getät warte mal boah Glück gehabt überlegt sich da unten ist was mhm zum Glück nicht mal froh darüber sich da nichts bewegt oh zum Glück doppellanzen ich hasse die Viecher nee oder vielleicht konnten sie ihn nicht fertigstellen okay fertigstellen was meines dann bitte hat er keine Barriere bitte bitte laser ich dachte jetzt hier sind noch 100 ab sowas ähnliches aber zum und du bist die schwächste von allen ich könnte ich gerade in den Müll schmeißen der hat keine Barriere er hat seine Barriere hat sein Barrieren gerät fallen gelassen dann gehört uns das ding perfekt Wasser so das fiel so gut wie tot ja was hat zwei noch mehr drauf ist und das war's dann oder oder nur 84 what der hell dann probieren wir was anderes aus da ruhig ja schatten zwei aus das ist nicht reicht ok reicht gut ich hab nichts gesagt ich hab einfach nichts gesagt Leute gar nichts habt euch verhört ja super cut ziehen ja was machst du das könnte nützen lasst uns verschwinden defektes barriere super ok wohin geht's jetzt an die oberfläche wieder boah was für grün wir haben's nach draußen geschafft ja sieht irgendwie gefälscht aus ja das sieht irgendwie sehr gefälscht aus das hatte grün hier und das macht die auch irgendwie nicht zuversichtlich ja super nee oder ihr wollt mich verarschen ne nee was soll ich jetzt dagegen machen ich weiß ich versuch's sie kommen nein es funktioniert nicht anscheinend doch ja was soll ich jetzt machen bitte ja ja ist echt stark weiter kommen die mal nach ja du wir sind es ich hab keine ahnung endlich geht's weiter hey ich weiß dass du uns hören kannst ihr würmer wir sind keine würmer dieser planet gehört mir wovon redet er zeig dich lass uns das klären klären Und dabei Sollte er mir gehören Holt sie mal Ja, ich wollte auch gerade fragen Was hat der denn vor? Was soll ich denn da heute machen jetzt? Okay Gebieter! Lange haben wir auf euch gewartet Unser Gebieter ist zurückgekehrt Wir haben uns lange nicht gesehen Gebieter! Ich habe Einen dringenden Auftrag für euch Zu euren Diensten! Wie viele von uns braucht ihr? Ich brauche euch alle! Ja, Leute, aber ja, das war's mal wieder für diesen Part Der dauert auch schon wieder ein bisschen zu lange 14 Minuten und 45, ja Naja, Leute, wenn's euch gefallen hat Schreibt einen Kommentar Macht einen Daumen nach oben Wenn ihr noch nicht abonniert habt Dann macht's Ja, wenn's euch ganz Ja, wenn's euch ganz gut gefallen hat Aber nur dann Mir bringt's eigentlich gar nichts Wenn ihr mich abonniert und mich da trotzdem schaut Deswegen eigentlich nur abonnieren, wenn's euch auch gefällt Ja, Leute, also das war's mal wieder für diesen Part Und bis zum nächsten Mal Ja, Leute, also das war's mal wieder für diesen Part Ja, Leute, also das war's mal wieder für diese Part Und bis zum nächsten Mal Und bis zum nächsten Mal Und bis zum nächsten Mal